Morgen. Guten Morgen. Stehst du auch mal auf, ja? Jetzt ein Brötchen. Das ist ja schön. Warum hast du denn keine geholt? Mir war heute noch Müsli. Das ist ja schön für dich. Und was ist mit mir? Kannst du ja auch ein Müsli machen. Ich will aber kein Müsli. Ich will Brötchen. Dann musst du dir halt welche holen. Kann ich ja nicht ahnen. Ist ja nicht so, dass du keins mitessen würdest, wenn sie auf dem Tisch stehen, oder? Ja. Weil ich sie auch meistens hole. Und was ist mit letzter Woche? Da habe ich sie ja wohl geholt. Du bist so eine faulle Sau. Weißt du das? Ja, komm. Ist gut. Bleib sitzen. Wenn ich deine gequälte Fresse schon sehe, hole ich lieber selber welche. Aber morgen bist du dran. Entschuldigung, Entschuldigung. Hab ich es geschafft? Ja. In drei Minuten geht unser Flug. Wie war der Flug? Du meinst Zug? Nee, Flug. Ja. Ja. Ja.